...finden, ob du dich überhaupt eignest. Geh zum Feld, da findest du alles, was du brauchst und pflanzt diese Samen. Mal sehen, ob was wächst. Wenn ich morgen sehe, dass es geklappt hat, hast du den Job. Morgen? Ich versuch's. Aber mit Freiluftgartenerei kenne ich mich nicht so aus. Was soll das denn heißen? Das heißt, ich werde mein Bestes geben. Will sie nicht enttäuschen. Braver, Junge. Zeig mir, dass du was anpflanzen kannst und du wirst der neue, reguläre Gärtner. Dann kriegst du sogar den Schlüssel zur Werkzeugkiste. Okay, so machen wir's. Endlich bin ich aus diesem dreckigen Loch raus. Und ich hab eine von vier Zutaten für die Bombe. Der Panzer, den Sleazy gestern erwähnt hat, wär sicher auch nicht schlecht, aber ich glaub kaum, dass er den hat. Naja, kann man ja trotzdem mal schauen. Hey, was geht's, Sleazy? Seh mal einer an. Wenn das nicht der Grünschnabel ist. Ich hörte, du hast deine erste Nacht im Loch verbracht. Hat's Spaß gemacht? Könnte wetten, du willst da wieder rein. Nee, glaub mir, das will ich sicher nicht. Hör zu, Grünschnabel, wenn ich du wäre, würde ich mich im tiefsten, dunkelsten Loch verstecken, das du finden kannst. Hör mal, mein Freund. Randall Higgs ist kein Feigling. Tja, wenn man dich so anschaut, könnte man zu einem anderen Schluss kommen. Was soll das heißen? Das heißt, sei bei den Schwestern vorsichtig. Ich höre, die sind echt sauer auf dich. Die wollen offensichtlich deinen Kopf auf einem Spieß. War nur ein Spaß, Junge. Keiner will deinen Kopf. Aber vielleicht solltest du dich trotzdem vom einen oder anderen fernhalten. Danke. Übrigens, irgendwas ist anders an dir. Anders? Was meinst du? Hier ist nie irgendwas anders. Also, kommst du immer noch gut an Sachen ran, ja? Das stimmt. Was brauchst du denn? Tja, so einiges. Ich höre, Grünschnabel. Worum geht's? Hey, ich weiß, was los ist. Du rauchst wieder, oder? Wieder? Hab nie aufgehört, seit ich hier bin. Meinst du nicht, das ist eine schlechte Angewohnheit? Du solltest mal Nikotinkaugummi probieren, ist auch gesünder. Gute Idee, aber ich hab keinen Nikotinkaugummi. Das Einzige, was ich nicht besorgen kann, ist echt frustrierend. Ich hatte aufgehört, bis ich hierher kam, aber wegen dem ganzen Stress hab ich wieder angefangen. Tja, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um aufzuhören. Was mich wirklich ankotzt, ist, dass ich mich echt an den Kaugummi gewöhnt hatte. Hat mir sogar richtiggehend geschmeckt. Tja, dann ist ja heute dein Glückstag, mein Freund, weil ich dir nämlich vielleicht was besorgen kann. Ehrlich? Klar, du wolltest mir doch nen Panzer besorgen, oder? Dann sind wir quitt. N'Panzer? Okay, aber das dauert bis morgen. Ist schon okay. Du kannst mir doch sicher was im Austausch anbieten. Ja, klar. Ich brauch Frittierfett, Streichhölzer und Dünger. Kein Problem. Kannst du morgen alles haben? Ah, dann vergiss es. Das Detail hatte ich vergessen. Mh, mir fällt grad... Echt? Na dann lieber du als ich. Ja, klar. Oh, scheiße. Ich glaub, das Vieh läuft mir nach. Oh, oh. Gott! Ich will mit der Schei... Vergiss es. Ich streichel kein Tier, das mein Todesdatum kennt. Mann, du blödes Vieh. Lass mich endlich in Ruhe. Was geht ab, Mann? Hey, was geht, Bruder? Wie läuft's mit dem Nikotin, Kaugummi? Hab dafür gesorgt, dass du ein paar Packungen auf die Zelle kriegst. Super. Danke übrigens. Ich weiß, Kaugummi ist nicht das gleiche wie Tabak. Aber glaub mir, sobald es keine Kippen mehr gibt, werden wir beide wie die Könige in diesem Knast leben. Klar. Und du sagst... Klar, Mann. Wir müssen sie nur ein bisschen in der Luft hängen lassen. Vertrau mir. Okay, also... Weißt du, wo ich etwas Frittierpferd herkriege? Tja, schätze, dass da wohl was in der Küche zu finden sein sollte. Obwohl... Obwohl... Bruno wird auch da sein. Und der Typ ist übel. Da bringst du dich echt in Schwierigkeiten. Ja, bin sicher, wir werden gute Freunde. Nee, ich mein das ernst, Bruder. Leg dich nicht mit Bruno an. Der hat absolut keinen Humor. Ich pass schon auf. Ich brauch das Zeug halt wirklich dringend. Und ich brauch dringend einen vernünftigen Anwalt. Und muss auch mit dem klarkommen, was ich hab. Ich sehe, du bist echt einer von der entspannten Sorte, hm? So bin ich nun mal drauf, Mann. Okay, man sieht sich, Karl. Klar, Mann. Man ist ehrlich, das mit... Ich hab's diesen Satz mit diesem, ähm... So bin ich halt drauf. Hey, Brooks. Wie geht's, Junge? Tja, kann ich klagen. Mit Magen? Ah, der Fraß hier drin ist ja auch wirklich schlimm. Da haben Sie recht, Brooks. Hab ich immer. Kann ich dir behilflich sein? Tja, jetzt, wo Sie es sagen? Ja. Wissen Sie, wo ich Frittierfett herkriege? Nein, mein Junge. Der Hafen ist sehr weit weg von hier. Der Hafen? Das reimt sich ja nicht mal bloß. Ich kann dir Passierschein A38 geben. Oh nein. Wenn du willst. Wovon zum Geier reden Sie? Der neue B65? Oh nein. Glaub ich einfach nicht. Niemand hat mir Bescheid gegeben. Ja, genau das wollte ich wissen. Pissen? Nicht in meiner Bibliothek. Klar. Tja, mein Freund. Was sollen das für Gerüche sein? Vergiss es. Lass mir doch nicht die... Oh Mann. Das war eine richtig müde Anspielung. Vor allem einfach auf Asterix und Obelix. Das war... Ich weiß gar nicht, welcher Film war das davon. Und zwar... Ich meine... Ach so, Asterix und Obelix. Opa und Rom oder sowas. Irgendwie... Irgendwie sowas war das. Genau. Da waren die in so einem Haus, wo es so Pastierscheine brauchen. Das macht irgendwie alle Leute zu irren. Und dann so, A38 und sowas. Ja, dann so hoch und dann der B65. Und davon hat mir ja noch niemand was gesagt. Und dann sind die Leute selber drauf reingefallen. Morgen, Bruno. Was gibt's zum Mittag? Ich hoffe, was Leckeres. Aber... Wer glaubst du, dass du bist, so einfach in meine Küche reinzuplatzen? Was soll das heißen? Ich war doch... Ich will deine abgrundhässliche Fresse nie wieder in meiner Küche sehen. Verstanden? Hey, entspann dich. Ich dachte nur, ich... Verpiss dich! Ich will das nicht nochmal sagen. Okay, okay. Scheiße. Und diese Katze, die macht mir Angst. Hey, Murray! Oder du bleibst eine ganze Woche im Loch. Ich hab dich gewarnt. Der Sonntagsfilm? Ach so. Verstehe. Und was war das für ein cineastisches Meisterwerk? Tch, du bist echt unfassbar. Nach all dem Ärger, den du gemacht hast, kannst du dich nicht mal mehr an den Film erinnern? Ihr Kids habt doch alle die, die Hirnschmelze heutzutage. Ja, aber... Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich weiß es nicht mehr. Der mit dem Roboter, der überall mit seinem Motorrad rumfährt? Terminator? Ja, genau. Terminator 3. Gab's grad billig. Terminator 3? Und es gab nicht mal einen Aufstand? Ach, die Leute haben sich ein bisschen beschwert. Aber nichts im Vergleich zu deiner Reaktion. Du hättest sie sehen sollen, als vor ein paar Jahren Rendezvous mit Joe Black kam. Da gab's richtig Probleme. Muss sagen, wir Wachleute waren auf sowas nicht vorbereitet. Einfach nicht vorbereitet. Was war los? Stell dir vor, Geschrei, Gefangene, die sich gegenseitig erwürbten, überall Blut... Oh mein Gott. Ein Typ steckte sich sogar einen Löffel ins Auge. Man sieht hier Sachen, Sachen, auf die man lieber verzichten würde. Mann, Mary. Dieser Ort hat sich wirklich hart gemacht, was? Hm. Das passiert eben, wenn man Tag und Nacht mit den Übelsten der Üblen verbringt. Den Aussatzigen der Gesellschaft. Diebe, Mörder, Vergewaltiger. Und du weißt schon... Dieser Ort verändert Menschen. In der Tat. Ich hoffe, Sie nehmen's mir nicht übel. Wissen Sie, die anderen haben mich gezwungen. Schon okay, Junge. Ich kann das wegstecken. Ja, das haben Sie zur Genüge bewiesen. Wer hat dich angestiftet? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Murray. Sie wissen, was man mit Spitzeln anstellt. Da überlebe ich nicht lange. Verstehe. Egal, ich geb dir einen Rat. Lass dich nicht von den anderen rumschubsen, Junge. Wenn du dich nicht wehrst, machen Sie einfach weiter. Wenn Sie das nächste Mal kommen, sei ein Mann und stell dich ihnen. Nee. Ich bin mehr so der Typ, der wegrennt und sich versteckt. Aber danke für den Tipp. Okay. Wissen Sie, wo ich etwas Frittierfett oder eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Fett? Streichhölzer? Was zum Geier hast du denn vor? Nichts. Nichts. Nur keine Sorge, Murray. Wissen Sie, warum mir die Katze plötzlich immer folgt? Tja, kein gutes Zeichen. Wie meinen Sie das? Die Katze läuft hier schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie etwas enger mit jemandem wird, dann... Dann, weil der demnächst ins Gras beißt. Irgendwie kann diese Katze den Tod riechen. Was? Stimmt schon. Weißt du, wir hatten ja auch eine Todeszelle. Und immer, wenn sich die Katze einen ausgesucht hatte, war der der nächste Kandidat. Zufall? Irgendwie unheimlich, oder? Tja, kann auch sein, dass der Direktor einen komischen Sinn für Humor hatte. Okay, dann sagen Sie ihr, dass ich mir nicht nachlaufen soll. Ja, ich hab das Schicksal nicht in der Hand. Und halte dich in Zukunft von mir fern, okay? Na super, einfach toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, ich mach mich auf die So- Na dann, verzieh dich. Oh Mann. Hä? Hey, du bist neu hier, oder? Ich? Quatsch. Ich bin schon eine Weile hier. Ich zieh's aber vor, unauffällig zu bleiben. Na, dann sind wir schon zwei. Ich heiß übrigens Martin. Hey Martin, ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, Randall? Das haut dich aus den Socken. Ähm, ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lass es verschwinden. Warum muss das was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel ist für immer dematerialisiert. Das klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Ich hab nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Du hast doch sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal. Wenn du an der Macht der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mach ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei doch nicht so. Junge, was willst du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Klar. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wär's, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Spinnst du? Okay, na dann. Hab ne Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte. Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, ich kann eigentlich so alles brauchen. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war's plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du begräbst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Ähm, das nehme ich zurück. Also, abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich's zu dir und du gibst mir dein magisches Medaillon. Noch besser. Du wirst absolut verzaubert von nem obergeilen Zaubertrick und dann gebe ich dir das Medaillon. Genau, so machen wir's. Klar, wenn du's sagst. Übrigens, weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und ne Handvoll Streichhölzer herkriege? Ähm, so Sachen hab ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Kennst mich ja. Eigentlich nicht, aber egal. Naja, du scheinst da was zu verwechseln, mein Freund. Wenn du was brauchst, ist Sleazy dein Mann. Ich weiß, aber ich brauch das Zeug heute noch und Sleazy kann erst morgen liefern. Und ich weiß nicht, ob's mich da noch gibt. Wie das? Willst du dich umbringen oder so? Nee, ich bin nur... Warum redest du... Weil du mich gut leiden kannst und weil du ganz versessen auf Zaubertricks bist. Ja, klar. Muss jetzt los. Okay, aber denk dran, wenn du mal Lust verspürst, dich von der Faszination der Illusionskunst verzaubern zu lassen, weißt du, wo du mich findest? Also was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Das ist nämlich nicht dasselbe. Das weißt du, oder? Ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay, Illusionskünstler. Ich bin weg. Cool. Äh, wie wär's mit dem Ball? Ihr Kumpel, damit geht's, oder? Klar, Mann. Das geht. Gib her. Hier. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die magische Schachtel arbeitet mit magischer Mentalenergie. Ich dachte, du wärst ein Illusionskünstler. Wie meinst du das? Naja, ein Illusionskünstler erschafft Illusionen. Der benutzt keine Magie. Na, du weißt schon. Oder nicht? Schau mal, willst du den Trick nun sehen, oder nicht? Klar. Kannst kaum erwarten. Dann halt die Klappe und stör mich nicht. Sorry. Du hast den Ball weggekickt. Das hab ich gesehen. Nennst du mich ein Betrüger? Ja, klar. Okay, du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? Ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen einem magischen Ring, also... Klar bist du das. Monster. Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Was weiß ich schon. Egal. Jetzt hab ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Okay. Ach, Moment mal. Hier geht's auch hin. Wo ist mein Ball hin? Nur ein paar vertrocknete Blöden. Da steck ich meine... Da ist ein Vor... Ein paar Stücke Holz, die zusammen genagelt und in... Machen. Fuck. Nur ein paar vertrocknete... Äh... 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 Okay. Schätze, hier soll man was... Dann... Pflanzen wir da auch mal was? Oh, bei, nein. Ich hab ne Idee. Ich geb erstmal Slicy den... Nikotin-Kaugummi. Die Katze soll aufhören mir zu folgen. Die läuft richtig scheiße. Hier ist der Nikotin-Kaugummi. Wie versprochen. Ha, spitze. Kann ich dir ne Zigarette und ein Streichholz im Austausch anbieten? Okay. Okay, hier. Bitte. Ne Kippe und ein Streichholz. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Vielleicht hab ich morgen noch mehr. Och, nein. Nein. Hey. Was geht dich das an, Grünschnabe? Verpiss dich. Ich mach mir nur Sorgen um deinen Ernährungshaushalt. Nerv jemand anderen. Was hat's... Was soll damit sein? Na, nichts. Bin bloß neugierig. Was ist denn das für ein Zeug, weil's nicht gerade wie ein Erdbeermüllschick aussieht? Das ist ein Säurebinder, Grünschnabe. Zufrieden? Jetzt schieb ab. Nee, ich meinte, was da drin ist. Schau doch mal auf dem Etikett nach. Nein. Okay, dann mach ich das. Kann ich mal? Im Leben nicht. Komm schon, Mann. Das würde mir echt weiterhelfen. Hey, du bist nur so ein scheiß Grünschnabe. Was an Schieb ab war denn jetzt so schwer zu verstehen? Ich komme wieder. Hast du eben... Willst du mich verscheißern? Äh, nein. Was soll ich sagen? Nein, hab ich nicht. Also verpiss dich. Du nutzloser... Hüte deine Zunge, Grünschnabel. Und dreiß ich sie dir aus. Meine Zunge? Und andere Sachen. Ich geh mal lieber. Ist wohl besser. Sieh Leine. Hm. Moment mal. Brunos Essen mag ja übel sein, aber sicher besser als dieser... Ein magisches Medaillon? Eher ein Ventil an der Kette. Gut. Morgen, Kumpel. Hey, du nimmst dir ein bisschen viel raus, Grünschnabel. Glaubst wohl, du bist jetzt einer von den schweren Jungs, weil du mal eine Nacht im Loch verbracht hast. Mann. Hab doch nur guten Morgen gesagt. Fick dich, Arschloch. Hast du unser Gespräch vergessen, kurz bevor sie mich ins Loch gesteckt haben? Na, ich glaube, daran würde ich mich erinnern. Okay, wollte nur sicher gehen. Weißt du, wie ich Frittierfährt, ein bisschen Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Verpiss dich, bevor ich dir den Schädel mit meinem, äh, mit meinem... Wo zum Geier ist mein Brecheisen? Frag mich doch nicht. Oh, scheiße. Ich muss mir neues Brecheisen besorgen. Ja, na dann viel Glück. Bist du immer noch da? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Bin schon weg. Bin schon weg.